Und wir sind online. Herzlich willkommen zur UFL Liga 1 in Monaco. Ein wenig verspätet hier zugeschaltet, aber jetzt sind wir da. Abends zusammen. So, und die ersten sind auch schon auf der Strecke. Dann geh ich mal auf von Red Bull, du auch von AlphaTauron würde ich sagen. Dann schauen wir uns erstmal noch hier die Tabellen an. Natürlich auch grad wieder nicht so wie es sollte. Jetzt haben wir beide. Also es wird heute wohl das Ziel sein, den Loris da vorne ein bisschen einzuholen. Hat auch letztes Rennen sie geholt in Spanien. Weil, ja auch bei den Teams, Racing Point da ganz klar vorne. Also die gilt es hier zu schlagen. Der wird flackiert schon? Okay, normalen Racing Point Lanzer. So, die ersten begeben sie jetzt schon auf der schnellen Runde. Da vorne auch ein AlphaTauri, der im Ventil von Benno ein bisschen aufgehalten werden kann. Und macht da Project? Project macht da gut Platz. Ja, Project hat jetzt aufgestiegen aus Liga 2 hoch in Liga 1. Mal schauen. Mal schauen, wie er sich hier schlägt in den Nacko. Oh, kleiner Verbremser in der Schikane rein. Irgendwie ein Nerd hat aufgegeben. Hat er eine völlig schwere? Ist gut möglich. Bin ich jetzt grad nicht im Bilde. Nichts spülen kann. Aber kommt durch die Ziellinie. Und fährt eine 1... 1x2 Shop! Fährt dahinter, kann schneller. Hm... Gucken wir doch recht. 1.188 gefahren Wen haben wir denn hier jetzt auf der schnellen Runde? Der Ferrari von Neon Force dürfte der nächste sein Dann nimmt den dritten Sektor Ich bleib nur auf dem Project Gucken was er hier mit den gelben Reifen hinzaubern kann Und der Fahrer jetzt durch die 7.1.10 Landt noch vor dem Hartracher Frassetti Auf der 4 Tobi beginnt jetzt seine schnelle Runde Ich mach Tobi drauf Na gut du einfach mal auf die anderen Dann hab ich immer Tobi im Fullscreen Dann geh ich auf Dann bleib ich jetzt auf Pro Geht man hier allerdings die Rektorzeiten Dann bleib ich einfach mal in Levis drauf Ich mach einfach mal so Auch wenn man da jetzt Oben das so ein bisschen hässlich sieht aber Machen wir das Fenster doch einfach mal hier unten hin Auf seiner Outlap Okay ich seh'n Outlap hat seine Runde ungültig Purple erster Sektor äh zweiter Sektor von Tobi her Guter Ausgang wieder auf Startziel Aber es reicht nicht ganz Den Vettel da von P1 zu verstoßen Und dann geht's Keibel Auch ein neuer Fahrer hier Habe ich auch schon in anderen Ligen gesehen Ist sehr schnell eigentlich Mal gucken wie er sich hier in der Liga 1 der UFL schlägt So Fütze beginnt jetzt seine schnelle Runde Mal gucken ob er sich nie in sein Teamkollegen einrennen kann Wird auch momentan der einzige der den 1 8er geschafft hat Na ich weiß dass Pütze hier sich eigentlich nicht viel ausrechnet Aber ich würd sagen im Monaco ist eigentlich immer alles drin Da muss nur irgendwo irgendwem was passieren Und plötzlich stehst du selber auf Platz 1 Wirdsinn nimmt die Kurven vorsichtig Aber auch schnell Kalbe das Schikane mit Kleinverbremser Keine optimale Runde von Kalbe Was er hier zaubern kann Aber es ist gut über den Körper Weil hier kann man viel Körper mitnehmen im dritten Sektor Hat er gut gemacht Hier zu schleppen zwei Kurven Wo reiht er sich rein? Es wird eine 1 8 Damit nur Platz 9 Das Ding ist jetzt hier Du kannst jetzt natürlich auch taktieren Du musst eigentlich gar keinen Quali fahren Du kannst von Platz 11 mit dem frischen Reifen Momentan steht Kilominati noch auf Platz 11 Also in der Outlab sollte man zumindest fahren Oder einfach eine Scheißrunde Dann kannst du hier mit den Gelben von Platz 11 starten Oder man versucht natürlich hier Mit den Gelben Weiter vorne zu starten Ist natürlich vielleicht auch eine Möglichkeit Ich glaube Wenn du auf Rot startst Kannst du keine 1 Stop machen Aber fette kommt es auch gleich durch die Siege Der momentan auf der Poker zwischen ist Mal gucken ob er sich noch mal verbessern kann Und das tut er Eine 1 8 6 Also eine 1 8 5 9 Starkes Atom Und ein Louis Gag hinter ihm Mit einer 1 8 9 Wenn er noch Neon Forst ist glaube ich gerade auf einer Schnellen Mal wissen wir den Marsfahrer hinter ihm Setti glaube ich auch Ja Forst ist auch auf einer Schnellen Ah kann ein bisschen Knirkel mitnehmen Durch die ganze Kurve Mal gucken ob der sich verbessert Nein Ich bin ja Auf einer 1 in 1 Verbesserlich 1 Zehntel Aber weiterhin auf Platz 7 Nehme es Wird gleich wieder Tobi ist jetzt auch wieder auf einer Hotlab Nehme es Kann sich verbessern 1 0 9 0 4 0 Schiebt sich da auf Platz 3 Dann springen wir direkt mal bei Tobi rein Dann gehe ich auf Oh Loris hat sich neben äh Bei Verbesserungen ist auf der Poker zwischen Und hat eine 1 8 5 gefahren Ja Damit Frau Fette Die Racing Points sind da vorne echt gut mit dabei Ja schön das Codemasters mir auch noch die ganze Zeit anzeigt OCR Fette die Schnellste Runde mit 1 0 8.8 Nein Cillo ich fahre nicht ich kommentiere nur Liga 1 ist Bisschen zu schnell Bisschen zu schnell Bisschen zu schnell Nur ganz leicht Pro ungefähr Fängt jetzt auch seine Schnellrunde an Gibt seine wunderschönen gelben Renault Tobi hat sich auf Platz 3 geschoben erbringen Ja das würde mir ein bisschen ärgern Ja das würde mir ein bisschen ärgern Ja dann ist das der Pro der als nächstes mit der Zeit sitzen wird Ja dann ist das der Pro der als nächstes mit der Zeit sitzen wird Bissst du dann auf ihn drauf? Ja Dann gehe ich auf KB Der jetzt seine Schnellrunde anfängt KB Der jetzt seine Schnellrunde anfängt KB Oh KB hat mir auch um den Frontflüge schaden Er wird sich nicht verbessern lassen Oh Project Acta auch leicht an Er ist auf seiner Outlab KB Hier wieder leicht an Pütze ist offener schnell KB Pütze schon im ersten Sektor 26 schneller Schauen wir direkt mal bei der M.R. rein Dann gehe ich jetzt auf er dürfte es nur heute fahren und maxi ist glaube ich auf der mail schnell ist er nicht fette ist auf einer schnellen maxi hat sich in die top 10 geschoben ob das unbedingt so schlau ist ja ich würde lieber auf dem platz 11 starten maxi aber gut platz geben für den gegenüber ich glaube pietro ist jetzt hier der nächste der da ist der vettel der vettel ist nochmal da vorne der vettel kommt gerade aus dem tunnel raus dann bleib du mal auf dem pietro ah vettel habe ich gerade unglaublich gehabt dann gehe ich schon direkt auf pietro dann gehe ich auf acenain gar nicht ah fette glaube ich eigentlich fette neom force im ferrari hier geht es dann eine schnellrunde und dahinter direkt pro so eine auto geto hier zweiter sektor angeblich purple weiß ich nicht ob das wirklich so ist aber aber bei cold masters weiß man da nie ich habe schon so viele purple sektoren angezeigt bekommen ja und dann fährt er auf platz 4 vor ganz knapp vor nemes schiebt er sich aber da vorne geht es auf jeden fall eng zu kommen wir beim neon force vorbei nemes auch noch mal draußen dann ist glaube ich nemes der nächste nemes hat ungültige runde er ist auf den outlab loris 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 dürfte der nächste sein und danach mit dem ferrari pilote kommt jetzt schieb sich äh fett ist arsch vor komme ich auf fette ne ferrari hat sich minimal verbessert Wie? Vielleicht erwischt Loris, er bricht die Runde auch direkt ab Ähm, das... Ich denke, er hätte noch genug Zeit, um mal reinzukommen, das sollte eigentlich easy gehen Ja, macht er auch Währenddessen kehrt sich Tobi den Berg hoch Ja... Kleibigen dürft ihr nicht, wenn die Runde anfängt Und danach... Äh... Maxi Krass Yacht Fass 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 Das war eigentlich bisher nicht nach einer schlechten Runde aus für Tobi. Tobi nimmt auf die Schikane gut. Gucken was das Seite des Erkto sagt. Tobi kann sich nur leicht verbessern. Tobi kann sich nicht mehr auf die letzten zwei Kurven gut nehmen. Jetzt auf Start zielen. Mal gucken was es fehlen wird. Es wird eine 1,99. Er hat 7 vorgeschoben. Ich war mit Forza und Teamgelegen. Der Maxi ist nochmal auf einer schnellen. Bleib du mal auf Maxi drauf. Ich bleib auf Maxi aber auf der Außenkamera, weil sonst niemand gerade fährt. Es wird eine 1 hier. Das werden sie wahrscheinlich alle nochmal rausfahren. er ist auf start ziel was wird das für ihn? es wird einer einzigen schieb sich vor fütze vorerst pro beginn ist außer ne schnelle runde was da für den pro drin ist so runde ich jetzt aus in der schnelle so runde ich jetzt aus in der schnelle runde das dürfte eigentlich fast ja nicht kommen nemesis geggen nach loris der protekt hier mit sehr viel ehrs vor 2 sekunden langsamer kann eigentlich die runde vielleicht hat er noch genug treibstoff um eine weitere runde zu fahren 2,3 runde ne ja gibt's auf macht nemes was zum typeligen nemes geht direkt mal rüber zu verbessert er sich noch vettel ist in der outlab nemes verbessert sich nicht wer hat aber noch eine weitere runde eventuell vettel wird der letzte sein der ne zeit sitzen kann jethros runde ungültig äh fassetti fass glaub ich ne stelle noch fassetti ist der nächste und dann kommt neoforce na fassetti auch ungültig neoforce ist als nächstes nach neoforce fassetti 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 fass genommen kommt er bis in den rutsch und dreht sich er kann seine schnellrunde vergessen damit war es das mit dem colli alle durch ja das so ist verlust aus dem drin sektor loris der gesamt führende holt sich hier auch in der depot position was hier ja schon sehr entscheidend sein kann muss halt jetzt aber im rennen konstant einfach fahren nicht unbedingt schnell aber halt keinen start entholen im intesten kilominatium project mit der freien reifenwahl hinten wir haben spaß in den haben loris vettel toby pietro mato nimm es neon force cable for seti maxi pfütze project kilominati somit die startausstellung ich denke loris wird das ding nach hause fahren außer vettel kann direkt am start ihn da unter druck setzen oder den undercut probieren ich glaube so dass eventuell toby man sollte toby nicht gleich abschreiben das problem ist hier man weiß nie ob der undercut oder der overcut letztendlich besser ist weil wenn man den undercut probiert und im verkehr stecken bleibt dann kann der overcut wesentlich besser sein also ich sag's aber dass toby im wind eigentlich recht gute chancen dazu gewinnen wenn es fdk kommt während die die ersten schon an der box waren und andere noch nicht dann ist alles wieder drin wie viele ausfälle haben wir eine gute frage ich schätze drei ich muss noch mehr sagen obwohl wir haben relativ gute fahrer was das ja eine gute fahrer der liga ich glaube wir haben vier frontflügel sehen die nicht nur am auto sind guck mal hier bei mercedes steht ja schon einer bereit ja die äh hab schon gehört die sind ja mit lkw's kompletter stau im mund nach und nur durch mercedes weil die zu viel frontflügel nachbestellt haben sein bild kann ich dann eigentlich auch abstellen eine auswahl werden wir glaube ich sehen mehr aber nicht wir haben jetzt auch kein volles fahrerfeld absolut nicht vorne vielleicht macht sie mal zwei ausfälle wenn die leute hören monaco dann haben sie auf einmal was anderes vor das wird gar nicht mehr so schlecht ich bin zwar auch nicht der schnellste auf der strecke aber macht halt spaß wenn man einen flügel hat macht die strecke spaß ja wenn man flügel hat wo man jedes weiter runter box fahren muss um dann flügel zu holen dann bis am ende des tages mehr an der box auf der strecke und dann geht's los und dann geht's los und dann geht's los wenn die thürmer dann ist die 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 ich sage loris tobi dann schieb ich dahinter der ich sage tobi auf platz 1 auf platz 2 und auf platz 3 ich sage loris auf den dresdl ich sage loris Ich weiß nicht, wenn die Tabellen einlässt. wenn ja wenn waschpunkt hat dann logisch zu steigen 25 ist schon eine menge und schade heute nicht aber nur ich das macht könnte das eigentlich schon fast die wärme schaltung weil dann noch spieler 50 punkte aufzuholen schwierig ja und forst hat ja zwei guten ergebnisse auf jeden fall auch noch mit dem strongstar einzugreifen in den meisterschaftskampf auf jeden fall bei wenigstens fahrer fahrt heute auch nicht mit das ist auch naja könnt ihr zwei den platz verlieren bei den medium forst ein gutes ergebnis erzielt mit seinem ferrari das musst du dir mal angucken ne redbull 1 punkt wir sind in monaco und redbull hat erst einen punkt auf jeden fall wohl vettel vorne eigentlich hätte ich also ich weiß nicht ob vettel den ersatz hat ne vettel ist kein ersatzfahrer fährt auch glaub ich erste ist heute glaub ich sein erstes rennen ach kann das sein? ne rein ist er schon mitgefahren da fliegt der max hier raus soll ich ihn reinladen sollte aber eigentlich trotzdem starten können soll ich ihn mal einladen? warum machst du das schon? ja mach ruhig ich denke das wird die witten auch einladen aber das ist spielern aber das ist spielern aber das ist spielern so macht passetti jetzt so naja ich dachte jetzt genommen dass man noch auf den max hier eben wartet dass der wieder beitreten kann hoffen wir dass das noch in der einführungsrunde geht dass wir da keine KI dann umfahren haben hier ist er glaub ich oder? hm hier ist er dabei getreten ich zeig mir übrigens immer noch unten die fastest lap vom vettel vom qualifying an ja ja vielleicht keiner wie meins nach wie schnell man auf der stricke sein kann obwohl es nicht mehr auf der polpass schon geschafft hat nur knapp hinter lois gescheitert ist aber es ist eine einführende die fahrer sind der einführungsrunde ja das sind auch wenn du auf 40 ist das kreuz in den zendern aber dann wieder schon wieder eine lobby oder so wie es aussieht nichts ist jetzt wo ist es auf einmal gar nichts mehr da ist nicht auch nicht drin der lobby muss ihn auf die wir geben einladen f1 maxx 06 einfach ein fleißiger auch schon eingeladen ja wenig was da jetzt los dann schauen wir mal was der stadt hier bringt und die fünf rohnlicher gehen aus hier im monaco hätte verliert er fast das auto toby direkt an ihm vorbei toby geht schon auf zwei los konnte sich da vorne verteidigen neunfors neben den haspiloten startphase auf keinen frontfliege verloren bis jetzt bei maxx immer noch die ki unterwegs aufwärts überholt ihn jetzt auch schönes wochen manöver jetzt hat er ein bisschen problem davon an zu bleiben ja da kann sich ja da kann sich ja da kann sich ja da kann sich loris schon ein wenig absetzen direkt ich heil mich auch direkt an mir um vor es noch dran aber lustig bei mir will im game auch anders sein dass hier irgendwo eine blaue flacke wäre das weiß ich jetzt einfach mal in hunde 2 chino minati der einzige auf hart gewechselt ist genauso wie pro kino minati auf hart ja ok kino minati auf hart sonderbescheidung maxi ist aber wieder drin Das ist schon mal gut Nach vorne der Fünfertropf Sind auch nah beieinander Und dann kommt eine etwas größere Lücke Bisschen Neon vor uns Und beinahe wirklich Kaibi Anscheinend hier noch alle unbeschadet Das Feld hat sich auch schon ein bisschen auseinander gezogen Oh, Marc, sie aber gekampft ist hier dran Guck mal da direkt mal rein Schauen wir mal, ob man... Hängt quasi im Getriebe Führst du jetzt mit einem leichten Verbremser Ich frage jetzt, wo willst du hier überholen, ne? Das heißt, frustrieren, wenn du runde und runde hinter einem bist Du ganz klar schneller bist, aber halt einfach nicht mehr rumfallst Definitiv Du gingst mir vor zwei Jahren über 78 Runden Und dann ist auch Gag hinter, äh, Pietro und Matur Oh, Tobi dreht sich Promphil geschadet Hat Fett jetzt noch heute auch noch ein Kompfil geschadet? Ja, Fett hat auch Kompfil geschadet Damit jetzt Petro und Matur Auf zwei Wenn jetzt Fett noch an der Box geben würde So schnell kann es... Ja, auf zwei, einfach Tauri Ne, wir sind jetzt auch Gag auf drei Wir sind jedenfalls Ah, der Fett... Der Fett will natürlich jetzt dafür sorgen, dass das Ganze sich noch weiter auseinander zieht Weil die alle... Alle nacheinander nur an ihm vorbeikommen So schnell kann es gehen Letzte Kurve Einmal Kursation verloren Und dann... Ab in die Mauer aber Vettel lässt sie vorbei wir haben jetzt meine Racing Points weit auf dem Podium sehr fair gemacht von Vettel hier ja ich meine abgesehen vom Pietro da auf 2 hätt ich ja jetzt die Top 3 P1 und P3 hätt ich ja jetzt jetzt muss nur der Tobi sich irgendwie wieder da vorne zwischen schieben ich hab Tobi auf 1, auf 2 hab ich Vettel, beide sind draußen also halb draußen, er hat auch das Auto in der Box aufgestellt das wird eine erneute Nullnummer für Red Bull also die bleiben bei ihrem einen Pünktchen das ist schwierig für Tobi, obwohl so weit ist er nicht vom Podium weit entfernt er hat auch kein Front für gestartet, ich hab mich eben geirrt also wär ich kein, kein Loch wäre ich, weißt du ja so mit Podium ja ich hatte nur ganz leicht so eine kleine Ecke raus, das könnte sein ja ich hab da so mindestens nix Maxi ist aber auch ein Facetti-Gag dran vielleicht kann man jetzt schon auf Startziel was probieren ja Facetti-Augumentationsverlust ja war auch Maxi da gerne keinen guten Ausgang erwischt das wird nix auf Startziel grad glaub ich der einzige Kampf ja guck da brauchst du sowas von dicke Eier um hier zu überholen hängt dem Facetti da schon ziemlich im Heck ja ich kann ja jetzt auf Tunnel was machen, wenn er genug RS hat während dessen war Prütze an der Box das ist eine Box für Harte kann man schon, äh, kann man vier, äh, 33 Runden auf Harte in dem Monaco fahren? oh wird schwierig aber Respekt wenn das durchsieht währenddessen setzt sich Loris hier an viereinhalb Sekunden jetzt Vorsprung na gucken ob Pietro da was dagegen halten kann er sucht nur mal zwei äh, Facetti geht an der Box dahinter geht Kiruminati und Tobi ne, Kiruminati kann gegen Tobi auch nix machen und er holt sich Gelbe ab ja hat schon wer Strafe weil also der Pfütze der muss irgendeinen großen Schaden gehabt haben da also was ist hier 2 1 16 ok der ist immer auf 10 Sekunden hinter vor Seti der jetzt auch grad in der Box war also da muss irgendwas größeres passiert sein oh Seti ist einfach nur so in der Box gegangen für irgendwie neue Reifern das sah jetzt nicht aus als ob er vor früh geschehen hätte ne ja da war alles ok also der wird 2 stopt fahren also ein TCR jetzt nicht außer er zieht jetzt die gelben 32 Runden ne, dann ja dann will ich nichts gesagt haben ne, also das heißt äh also H das sind glaube ich schon krass 33 Runden zu ziehen Medium sind dann glaube ich schon ich glaube da bin ich schon bei 80-90% ich kann jetzt geluminati was gegen Tobi machen ne aber guck mal da siehst du jetzt wie die Routen schon nachlassen Tobi kann auch nicht unbedingt äh geluminati von sich schreiben mit die das ist für das auf weg 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 durch weg 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 Momentan ja das spannendste Duell, der Killuminati gegen Tobi. Ja, sonst sind alle... Kalbi und Neonfrosps vielleicht gleich? Aber ich glaube... Gibt's auch, ist nächstes Rund nix passieren. Dafür ist Kalbi noch so weit in die... Nemeth in der Box. Für frische Reifen. Und hier auch die Gelben. Ich denke, Loris wird dann auch diese Runde dann rankommen. Obwohl er kann eigentlich die Runde noch ein bisschen ziehen, solange der Händermann nicht in der Box geht. Der das noch später im Rennen besser gehalten hat. Weil die Möglichkeit hat er dazu. Ja. Ja. Hinter ihm sind 30 Runde. Da kann er eigentlich gleich übern Schwand werden. Dann gucken, was los macht. Ob das noch mal ne Runde draußen bleibt. Oder jetzt auf, wie es geht. Er geht an der Box. Was ist mit Alvatory? Dass sich... Er fährt noch weiter. Was sucht den Overcut? Ich mache mir jetzt nicht mehr an der Box. Genug RS hat er aufheben. Genug RS hat er aufheben dafür. Tobi ist jetzt auch an der Box. Maxi ist jetzt auch an der Box für frische Gelbes. ich da ein Fronflügel. Ja Fronflügel wechselt bei Maxi. Und Nemes Gag an Project Run. Der alte Gelbe hat's. Oh was, das alte Gelbe ist noch relativ frisch mit unseren, aber älterer als Nemes seiner. Ja, wird es interessant anzusehen hier. Ich kann ja schon was im Tunnel probieren. Im Tunnel kannst du das nicht. Oh, kommt aber gut ran. Aus dem Tunnel raus. Also, die FIA würde jetzt sagen. Let Louis pass again. Aber... Ja, äh, wir müssen ja entscheiden, dass sie Codemasters sind, nicht die FIA. Da sind Pietro und alle an der Box. Also, der I ganz easy ist aber da vorne. Oh, Kio Minazi kann doch mit einem Traum-Pilot und nein. Vielleicht nicht. Tobi, wir lassen mal das Schleschen runter mit der 1-2-4. Und die beiden HS-Fahrer hinter dem Ferrari. Ich könnte aber nicht wirklich was machen. Ich könnte aber nicht wirklich was machen. Tobi kommt aber schnell ran an den HS-Piloten. Hattest du schon der HS für die nächste Stratziel? Ja. Wenn das Nemestar vorne ganz schnell auf Kiliminati aufholt. Oh, und Tobi holt sich die erste Strafe. Oh, das ist so. Wir gehen mal hier auf das Duell. Dann... Nemestar, den Kiliminati. wieder nach dem tunnel nehme ich an dann hat hier kein ERS mehr vielleicht mit der dive bomb gegen den eisner hase Tobi kann auch hier nichts game for city machen aber nimm es lebt da auch hintendran vielleicht jetzt auf start ziel sehr guter ausgang dürfte eigentlich habe ja vorbei Tobi ist neben for city na for city mit schlechten ausgang Tobi jetzt nebeneinander Tobi dürfte vorbei sein ja Nächste duel wäre dann erst mal neo force game project neo force hängt auch bei projecten dran boah wenn die da den berg runterfahren ich habe da immer angst ne dass da irgendwer wirklich reinlifft ja habe ich schon einmal gemacht ist es gut ausgegangen das das geht eigentlich grundsätzlich nie gut aus entschuldigen durke dafür wenn das es nicht solltest ja ne anfalls hängt es da ein paar also project hält die bisschen auf etwas seinen elternen mediums weiß ich ausgange ich weiß nicht wirklich gut aber trotzdem kommt der unfass dran Ah, der geht aber nochmal zurück Ich denke das ist ihm zu gefährlich da die Strafe nachher auf der Innenseite zu kassieren Ja, was haben wir eigentlich nicht? Tobi kommt da eben auch hinter Kaibi langsam dran Wird ein vieler Kampf Ich bin wirklich gespannt was der Kiliminati hier vielleicht reißen kann Wenn jetzt hier gleich ein Safety Kai irgendwo kommt Ja, aber Pro kann dann auch noch gut sein gut machen Also viel sein gut machen Ja, aber der Pro der kann noch nicht auf die roten wechseln Der muss dann auf die harten jetzt gehen Ja, Kiliminati, ich weiß nicht, Medium ist okay Naja, der Kiliminati kann die Mediums Könnte er sich holen Dann hätte er auf jeden Fall die Reifenvoraussetzungen erfüllt Der Pro muss auf jeden Fall rot oder weiß holen Ah, 25 rund auf Mediums Aber kannst du jedenfalls was gegen Pro Deck machen? Ja Komm, nehm ihn, in vorbei Ja Wie schnell kann Kaibi jetzt hier nachziehen? Man muss eigentlich schnell vorbei, weil hinter ihm direkt Tobi ist Ja Ja Die Leute kommen weit raus, innen Tobi auch Gag dahinter Tobi auch Gag dahinter Tobi auch Gag dahinter Tobi auch Gag dahinter vorbei Ist er da hängen geblieben Passiert ja öfters hier So, 430 ist auch, äh, in der Pro Deck hat er die Bande geküsst Ah, kein Profilgeschehen Glück gehabt Ah, Pro Deck ist auch in der Box Genauso wie ein Maxi Tobi, äh, hängt das wieder mit einem anderen Auto Ja, der Maxi hat Flügelschaden Schon wieder Ebenso Pro Der Pro aber hatte wohl minimalen Schaden Okay, dann hat er eben Kaibi gehabt Also visuell hab ich jetzt nichts gesehen Wahrscheinlich war er auch deswegen zu langsam Das ist so, wie den Kaibi machen kann, den Haarspiloten Maxi mit der Zeitstrafe Ihr müsst jetzt auch mit der Zeitstrafe Wie kann man denn da beim Boxenausgang ne Corner Cutting Das hab ich in der UFL PS2 in der Liga 2 Hab ich das vorgestern auch gesehen, wenn das war Ich hab's auf Tobi mit seiner 2. Strafe Ah, ne Das kann am Schluss ganz schön kosten Vor allem wenn ein Safety Car kommt Ja Ja Ja, so sie besser ohne Safety Car Und dann 6 Sekunden Ja Ja Hier haben wir einen Sinn gebrochen Glück gehabt. Habt eigentlich schon die Wand gesehen. Ich hätte gern nachher wie ein Problem mit seinem Bremsson. Oh kommt gut dran. Kann er sich nicht in den Project setzen? Ja kann er. Ah zieht da nochmal zurück. ja und dieser tückische oder kurve geht es ja sogar noch mal ganz leicht nach links da kannst ja nicht ganz links bleiben wo macht das jetzt hier den weltkontakt er versucht das ist außenrum das gut gehen da jetzt aber er war zu früh war daneben wenn ein bisschen länger gewartet hätte um daneben zu ziehen und nur so halbgas dann wäre er dann vorbeigekommen wie vorhin der wer war das nemes ich glaube nemes war das aber da war jetzt schon zu früh daneben dass er noch mal zurückziehen musste und dann fehlt natürlich das momentum das ist natürlich frustrierend wenn du frischere mediums halt neben harte und einfach nicht dran vorbeikommst und jetzt schiebt er den hier leicht an ich habe ihn gerade nicht umwand gesehen aber auch nicht die feine englische art denn da jetzt anzuschieben und da in traktionsverlust zum überholen zu nutzen also wird nachdem dann entschieden ob sie so fair waren also nicht ja das spiel hat es ja nicht als unfair bewertet aber das spiel bewertet so viel ist nicht als unfair und tobi kann immer nicht an kalti vorbei mit den gleichen reifen klar zwei guten unterschied beziehungsweise tobi und sogar die älteren also dafür dass tobi eben so gepusht hat lässt er jetzt ein bisschen nach kommt halt da einfach nicht wirklich vorbei außer du hast einen klaren reifenvorteil also tobi kommt in den kurven da dran aber kaibi hat irgendwie den vorteil auf den graten und wenn du den vorteil nicht auf den graten hast kommst du einfach nicht vorbei hier hat ja kaibi eine minimale bessere traktion langsamer aber sicher schließt der neon force auch auf den kilominati auf oh da war gerade ein stück flügel von kaibi ja kaibi flügelschaden x2 so glaubst du da mit tobi ist Someone'm schau ham nma was die kilominati verteidigen kannst oh also 19 alla Wenn er noch ungefähr 5 Runden schafft, könnte er auf Meetups wechseln. Okay, ich bin ganz gleich noch 15 rausgekommen. Mal gucken, was käme, das war gegen Pfütze, auch für Semilverbremser. Das war gegen ein Kriminalzentrum. Das war 25. Das wird zumindest leicht im Versteher. Maxi nochmal Boxenstopp, ein weiterer Frank-Flüge. Währenddessen hat der Pietro dem Loris übrigens über die letzten 5-6 Runden eine Sekunde abgenommen. Ich finde das doch voll nochmal spannend. Oh, fühlst du mit ganz deutlich besseren Ausgang. Die Illuminati jetzt an der Box. Holt sich die Gelben. Irgendwo herauskommt, kann ich theoretisch durchfahren. Sieben, sieben, siebzehn, 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 machbar mit den Gelben. Schwierig, aber machbar. Die Frage ist, wird irgendwer die Gelben länger ziehen, um nochmal auf die Roten gehen zu können? Ich meine, so Neonforce oder Pietro, die könnten vielleicht nochmal auf Rot wechseln. Je nachdem, was sie viel für einen Verschleiß haben. Pietro übrigens wieder eine halbe Sekunde auf Loris gut gemacht. Wenn es mal da geht, könnte es da vorne noch spannend werden. Oh, Tobi, ganz leicht, die Wand geküsst. Ist noch schon ein Freund viel geschah. Ja. Krieg gehabt. Und Kaibe hängt immer noch hinter Pflügel. Für den Gardeft, kurz zu ziehen, rausgekommen. Kaibe hat auch schon wieder Frontflügelschaden erleichtern. Auf der rechten Seite für den Endplate. Ja. War das jetzt Pflügel mit einem Pflügelschaden? Und Pflügel langsam und Kaibe hat da folge drauf. Ja. Und die werden jetzt beide an der Box fahren. Hätte... Böse enden können. Also es ist böse geendet, aber noch böser als jetzt. Damit könnte Pflügel an dem nochmal vorbeikommen. Aber wir haben noch keinen Safety gar gesehen. Und guck mal, der Kreibe hatte wohl eine Strafe auch. Stop & Go, die absetzen musste. Haben wir irgendeinen Kampf momentan? So. Ja. Ich habe auch keinen neuen Reifen. Ja, muss aufjemandemwanderbox. Ich habe auch keinen neuen Reifen. Oh ja, muss aufjemandemwanderbox. Petro verliert aber wieder Zeit auf Logos. Und der Maxi muss wieder einmal an dem Project vorbei. Und Nermis hat auch glaube ich ein Fronfi gescheitert. Er hat rechte Amplified. Moment, da muss er jetzt so eine ganze Runde fahren. Ja, Topi hat auch wieder Hoffnung auf den Dritten. Ja, der wird auf jeden Fall jetzt reinkommen, sich nochmal die Gelben abholen. Und kann dann durchfahren. Aber... Neonfuss... Ja, Tobi wird da... Macht sie auch direkt hinter Pro. Tobi wird da nicht mehr viel, außer sie holen sich da vorne noch strafen. Petro holt aber dann wieder auf. Maxi kommt gut ran im Dritten, sagt er hat... Pro hat Fronfi geschadet. Linker Amplified. Ich glaube hier ehrlich gesagt, es werden viele versuchen am Schluss auf Rot zu gehen. Guck mal, die Loris, Pietro, die haben jetzt 16 und 15 Runden schon auf ihren Reifen. Also 8, also 10 Runden kann man bestimmt auch saufzen. Und auch Nemes, bleibt draußen. Nemes bleibt draußen mit dem Flügelschaden, damit er sich gleich die Runden abholen kann. Frage ist, kann Neonfuss trotzdem aufholen? Frage ist, hat Neonfuss einen heilen Flügel? Ja, hat er. Deswegen frage ich mich, ob er aufholen kann. Weil dann wirst du mal spannend in Position 3 auf jeden Fall. Ich denke, Mittelsektor wird hier auf jeden Fall ein bisschen was aufholen. Ein Drittsektor auf jeden Fall auch annehmen, ist auch Regulamitrationsverlust. Die haben Forst jetzt schon eine Sekunde aufgeholt. Die sind innerhalb einer Runde. Also... Die Tor kommt... Rech gut an... Robi an die Box. Robi an die Box. Was soll, dass ich irgendwo dich weiße? Ah... Und Frontflügel. Okay... Okay... Kommt, Kossetti... Kommt, Kossetti... Ne... Ich glaub nicht, dass es reicht. Und noch kein Knapp werden. Na doch. Na, ist dran vorbei. Und es war überhaupt nicht knapp. Das ist neulich Zable nochmal starker. Schlüssel, Gag am Pro. Die Pro muss ich heute auch verteidigen. Und du kriegst da wieder die Wand. Ist hier das... Das Liga-Leitungsbill. Äh... Der hat ne einige Endblatt fehlt. Ja, wieder an der Box. Tja... Ähm... Es regnet. Oder? Kannst du mir grad nur so vor? Oder regnet es auf den Halo? Irgendwie sieht das so aus, ja. Ja, die Strecke sieht auch bisschen nass aus. Es regnet doch die ersten Runden. Ja, ich bin sie deswegen den ja rausgeblieben, weil sie es wussten. Ja, es regnet doch was dann nicht. Äh... Je nachdem wie später der Regen kommt, ne? Kann das Rennen nochmal... ...übern Haufen geworfen werden. Also, ich hoffe ihr habt alle eure Popcorn bereitgelegt. Nehmen wir es euch da ohne Strafe. Das ist natürlich jetzt auch extrem bitter. Ja? Ja, dann schon der Umfang mit einem halben Frommvögel nur dreieinhalb Sekunden hinter einem ist. Boah, jetzt ist hier auch die Frage, wann ist der richtige Moment? Wie lang kannst du die Gelben noch ziehen? Musst du überhaupt die Reifen abholen? Das ist Fragen über Fragen hier in Monaco. Also, jetzt könntest du schon die soften Reifen abholen. Aber... Ja, aber... Wie schlimm der Regen noch wird's. Wenn der Regen jetzt noch so bleibt, die 10 Runden sind. Dann würde ich mir die Runden holen. Und Pietro mittlerweile bis auf zweieinhalb Sekunden ran an Loris. Oh, Alter. Ich glaube, wir machen schon Quenne 14 in Bildung, oder? Also... Loris fährt weiter. Tietro fährt weiter. Tietro fährt weiter. Ja, ich glaube, noch ist zu früh, als darf es sieht mir die Schräge auch noch zu trocken aus. Obwohl... Oh, Loris! Maxi fährt auch weiter. Da kam ein ganz guter Zeit raus. Kai und Pfitzes fahren auch weiter. Sie machen beim Kampf. Der RS ist auf jeden Fall noch eingeschaltet. Kai, wir sind auch endlich am Pfitze vorbei. Hat sich Pfitze aber auch nicht mehr groß gewehrt. Ich weiß nicht. Fällt jetzt auch Flügelschaden? Nein, sieht nicht so aus. doch hat er weil ich ja recht immer noch niemand an der box was hat die doch so lange bist echt das auf der so wie fährt dann vorbei also ich glaube wir könnten als zwei drei rund so ein intermiten sehen natürlich ist auch nicht die optimal situation für die racing points hier hätten sie jetzt einen der ja eh nicht mehr groß was holen könnte dann könnten sie einen jetzt einfach mal so reinschicken ja test du mal an und ihr müsst dann leicht eingeschlagen hat ohnehin schon vom fügel schaden aber einer ist an der box für zu an der box für software also wenn es sich damit nicht verspielt probieren geht über studieren wenn ihr ihn auf platz 10 bist warum mache ich das war ich glaube ich habe schon vor Ort ist nur noch eine sekunde hinter dem ist wenn wir dann haben wir da haben wir da haben wir verloren mal gucken ob es zügig an der menschweite kann nicht mal viele runde aber auch ist vorbei jetzt verdient es mehr und mehr zeit auf 14 der traum mit frischen roten Tobi ist auch hinter Facetti dran. Was sagen denn die Strafe? Ja, es ist übrigens immer noch an. Ja. 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 Damit ist Cuminati 100% vorbei. Ja. 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 Da könnte sich Loris wohl noch eine Verwarnung gönnen. Welchen guten Ausgang jetzt? Nein, Loris gewinnt das Rennen vor Pietro. Schalten wir direkt mal da nach hinten, kann Kilominati nochmal? Oh, Kilominati ist doch gleich an die Umfass dran. Doch noch geschafft dran zu bleiben, aber die Umfass hat das so wieder, es wird schwierig. Ich denke das fehlt nichts. Ne. Na mit mir und Frost auf der 3, vor Kilominati. Oh, Fawcett und Nemes. Das könnte dann nochmal spannend werden. Haben beide 6 Sekunden. Das geht um die Position. Dennis kommt bald raus. Frost at innen und vorbei. Ah, da sind wir wirklich nachgewollt. Vor allem ist die Kurve. An dem Reservoir vorbei. Kilominati fahrt des Tages. Ja, für mich wäre auch der Kilominati der Fahrer des Tages. Ganz klar. Also, da konnte ich nicht mehr am Ende an Neon Falls vorbei. Trotzdem ist er auch stark gefahren. Vom Platz 11 aus. Auf 4. In Monaco. Oh, Loris hat da auch die schnellste Runde. Ah, Platz 12 sogar aus. Loris gewinnt hier den großen Preis von Monaco. Vor Pietro Matole, unserem neuen Fahrer. Dann Neon Force auf 3. Auch wieder gut Punkte geholt. Kilominati. Berggefahren, Platz 4. Dann Frost at innen und Nemes. Tobi mit 9 Sekunden Strafen. Dahinter Maxi, Kaibel, der andere Debütant. Project, der mehr oder weniger Debütant. Dann außerhalb der Punkte Pfitze und im DNF Vettel. Die ersten 4 auch ohne Sidestrafe. Ja, das ist... Stackeleistung. Pfitze, Red Bull wieder ohne Punkte. Das Pfitze und Honor würde auf jeden Fall nicht gefallen. Das ist die nächste Strecke Baku, ne? Dann ist nächste Woche Freitag Baku. Und auch mit diesem Sonntag auf Ultimate Formula League TV ist dann das Liga 2 Rennen von Monaco. So. Ich verabschiede mich. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Danke noch an Yokage fürs Co-Kommentieren. Immer gern. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.